Oh, das ist es dann? Ja. Und jetzt? Ah, da muss man Instas machen. So weiter. Ja. No, we don't need heroism. Sorry, I was on my phone. Sie waren in einem Forum? Unser Phon, it's gonna be Fofon. Ja, so we were in einem Forum and read some tactics. Ich bin der Sucker von der Gruppe im DPS. Ich bin der Sucker von der Gruppe im DPS. Was muss ich denn jetzt hier nehmen? Also ich habe 11k und DPS aufhand. Ich habe 15k hier. Was macht denn das? Oh ne, das ist nicht. Cosmos, do you want it for us back? Ja. Ja. Well, is your nur the platewearer here? I think it's yours. I think. Eeh. Haben wir den Tango nicht? Congrats Cosmos, start Tankinsu, and get gear up. Tango guys! Ich bin nicht sicher, dass ihr das wirklich möchtet. Was ist denn das? Brauch ich das eigentlich, meinst du? Du baust keinen Hit. Du bist jetzt natürlich am Ende nicht. Ich glaube, dass die Legion das hat, das ist. Wir sind hier ab. Wauw, wir sind hier ab. Wauw, wir sind hier ab. Wauw, wir sind hier ab! Wauw, wir sind hier ab. Wauw, wir sind hier ab. Wauw, wir sind hier ab. Oh Gott, wir sind da. Ich habe einen Dagger, ja. Okay. Er hat sich bei einer Hand. Ich bin schnell angekündigt. Okay. Okay. Okay, die Stairs, if you haven't been here before, this part is really fun. I'm so fast. I'm so fast. There are three mobs, about four or five stages down there. They die pretty quickly, but of course there are elementals that come up. The shadow ones, they're not a problem. The fire ones, if they hit someone, they're going to kill them. They knock people flying, and you can get knocked into the lava. If you fall down there, you do die. And I'm not sure if fast res gets you down there. So, I will have... Addy, could you take the fire elementals, please? And don't use your pet. Because I'm guessing you have concussive shots. Which will slow them enough to kill them very quickly. As they have low power. The concussive shots? Mhm. Yeah, I'll put the scar on passive. The marauder. Yeah, the marauder trio. I'm pumped on him as well. Excellent. Okay, Wolf, if you run down the left side, I will take the middle and the right ones. We will probably two groups at a time, we can probably manage. So, we run down from this first group, take them to the second group. And then kill all six down there. If you see a fire elemental coming towards you, back away. I mean, Matt had 30 KDBS gefahren in the last camp. What the fuck? Unreal. Don't worry, with traps or CCs, we just want to take them down and kill them all at the same time. You know, in the last raid, it was super awesome. So, you can see. But here, now. I don't know. It's too fast. I don't know. We only have to catch them. You can't catch them or not to touch them. I don't know. I don't know. Or we have to catch them all at once. Ich weiß nicht. Sorry, ich war slow und folgen. Das ist Frostfest. Okay, aber bleib für mich. Ich werde, ich bin auf der Seite, wo sie sind. Ja. Oh, das sieht cool aus. Du hast eben ja hier kurz geführt mit 5500 dBm. Kann man, kann man für mich. Na, also ich fahre hier die ganze Konstanz 12k APS. Kann sein, du betreibst nicht aber okay. Das viel, für damit ist das viel. Okay. Gauntlet, dann. Da hat keiner mitgeregern jetzt schon mal. Ich sehe es jetzt schon. Ich wollte nicht pullen. Das ist ja schon. Ich habe es. 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 Wir werden nur die zwei Packs zu töten. Weil wir nicht in den Trashen kommen wollen. Wir wollen die Bösser kommen. Ja. Es ist alles über die Bössers. das war bei, bei, wie sagte man dann? Oh, ich hätte es. Ich habe es. Aber ich habe nur die Hälfte. Ich habe eine Säpe kaputt gemacht. Das war bei, bei, äh, wie sagte man dann? Bei Purpose? mir fällt das deutsche nicht mehr mit absicht mit vorsatz ums juristisch aus damit auch ich es verstanden habe I'm having luck. I'm having luck. Which is quite weird. My device is on. Oh, oh, if my life goes up. Why did you feel that? I have to refresh. Nice to go. Lindebaum, no 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 . A bomb? A bomb? I can't really hear you. Was ist ein Wissenschaft? Was ist ein Wissenschaft? Wolfbeer, do you need it? We did it. Just did it. Christian Mage fragt... I don't want hair, I don't want hair. I dropped two times. I dropped that with Trilogam also. Does the leather users need the leather helm that has dropped? Thank you, the helm. Wolfbeer wants it. Wolfbeer wants it. Why should someone ask you? And the other one should go into Guildbank, Inc. Maybe because I'm a Mage. Hmm, that's but leather. And? Maybe you should be afraid of me. What did you say? Did he say something about Mage? I don't know. I don't know. Oh god, what was that here then? Okay. I remember how we did it, but... Actually, we won't go back again. I know! You shouldn't come somewhere. Otherwise, we'll come into a different dimension. Then we have to go back. That's all for this fight as it only requires a one tank for this battle. So if you go cat form. And I also have a special job for you which I shall get to when we do the tactics in ten minutes time after a quick break. If you don't know the tactics, go and read up on them Other than that, it's a 10 minuut break so you can go and Like me and Dark, have a smoke Or rescue a kitten, get something to eat, something to drink, go to the zoo, whatever 10 minuut break so back here at 21.11 Okay, I'm gonna rescue a kitten then Oh no I'm on the campaigns so I'm not gonna do that Yeah no more pets you guys They's too dark Ja, 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 da ist ein Pets-Op-Date, ja. Holy shit, man. Man kann's erzählen, was du weißt, das hast du auch verstanden? Es wird nur Sprichof, wie Training Cats and Dogs. Ja, ja, ja. I'm having smoke with my dogs. Oh, ja. And I will rest, you might want some kittens. Team of crew. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hat er nicht gesagt, dann würde ich auch nicht machen. Das ist eine viel weitere Oberweite als ich... Wie kommt das? Das liegt an einem neuen Kleid, was ist in Suguru oder so? Guck mal, wo ich stehe. Das ist nur so... Das kriege ich ein bisschen größer, oder? Ne, warte, guck mal. Ne, hier sind sie auch. Ah, ne, nicht wirklich, oder? Ne, da geht es noch, so. Das sieht einfach echt nur so aus. Das ist nur ein bisschen Bauernkleid. Das ist doch kein Bauernkleid. Das ist Robes of Descension. Ihr habt drei Stats da drauf? Wie falsch. Oh, ok. Das ist doch kein Bauernkleid. Wie falsch. 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 2,2. Nice. Nice, Scooby. Der ist verlor. Tatsächlich. Diesen Noob Shadow Priest, der er mitgenommen hat, der mehr Damage macht als ich, hat einen blauen Stab. Ich weiß es nicht. Warum? Warum hast du denn kein Damage für? Ich weiß es nicht, glaube ich. Möchst du Arken gehen? Arken ist Sucker. Möchst du mehr Damage machen? Ja! Okay, Moment. Für mich ist der. Ah. Huh, danke. Wie gesagt, Trigum werde ich einfach f-f-f-f-f-f-frosken. Kannst du die Gegner aber mit einschreien? Ne, da geht es darum, dass man diesen Fingers of Frost Effekt erhält, weil dann, das zählt ja so, als wäre der Gegner eingefroren und das gilt auch für die Kritschung. Möchst du? Möchst du? Möchst du? Möchst du? Und dann hat er den Stun, der super viel Damage macht. Damage! Damage! Dann gibst du noch eine Glüh für 20 Prozent mehr Damage machen! Mer Damage! Wann streiten die sich? Wer streitet die sich? Die beiden. Keine klarer Rangstruktur. Ja, man weiß nur, dass die Türschwingen steht oben. Ich schau mal, was ich eigentlich für eine geile PVP-Spec hier bauen kann. Nebenbei baue ich mir eine Frost PVP-Spec. Hey you guys, dann sagt mir nicht, Frost ist nicht PVP. Ich sage euch, ich werde die PVP-Spec machen, nachdem ich bei Fire schon so gefailt habe. So, das zum Beispiel habe ich nicht drei Punkte schon mal gefunden. Okay. Mhm. Braucht man Eis bei Ihrem PVP? Ich denke nicht. Ne, ich denke auch nicht. Das sieht super aus im Speck. Ah, schon wieder zwei Useless gefunden. Ich weiß gar nicht, was ich hier für Müll-Spec eingehen habe. Ja. Ich lege das jetzt mal alles. Ja. Mhm. So, dann habe ich schon mal 20% mehr Exorzismus-Damage und 100% Chance Exorzismus sechs Sekunden lang. Ich habe keine Kritze mehr erlaubt für einen Gegner. So mehr ändern als ich eigentlich. Ja. Oh, so. Oh. Okay. Das ist eine Technik-Check? Das ist PvP-Pit, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr. Ihr seid total gelogen. Ich weiß, wie es geht. Es war nur geschwindelt. Wo kommt ein Radar? Ich hoffe, wir machen jetzt Terms, weil ich mache Terms. Bist du schon in der Forst? Nee, wann soll ich das machen? Ich weiß ja nicht. Es gibt zufällig keinen Lehrer, wo man was delernen kann. Hütet euch. Was möchte ich jetzt machen? Bist du drin? Ja. Mist. Whisky da, Mann. Ach, guck mal hier. Was denn? Ich versuche, auf mein Radar zu achten, dass es grün wäre. Aber du bist ja immer wieder reiner. Hütet euch. Welche Richtung? Welche Richtung? Wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Hi. 6. Hütet euch. Oh, 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 oh. Vor allem war es zu stehen immer wirklich schlecht. Oh Gott, wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Ich habe wirklich keine Ahnung. Hä? Das ist ein anderer. Oh Gott. If I can have a Heroism or a Time Wolf or something, that would be fantastic. Hier du geh. Was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Angst, Blase? Nicht gar nix, Blase. Also, es hat gerade geklappt. Hm.